Also dieses Restaurant hat 20 Millionen US-Dollar gekostet, das eine Restaurant, also eine gigantische Menge. Aber es wird alles von A bis Z durchdigitalisiert. Also nicht nur Roboter bringen einem das Essen, sondern auch in der Küche ist alles digitalisiert. Es werden die Kühlketten gecheckt, es werden die Lieferketten gecheckt, es wird alles in so einem Dashboard gezeigt. Alles wird miteinander vernetzt und das probieren sie einmal aus und gucken, funktioniert es oder nicht. Und dann werden Teile davon eben in allen anderen Restaurants dieser Kette implementiert. Und das ist so die Idee, die probieren es einfach aus und denken sehr, sehr groß. Hallo. Hi. Ich merke hier einen totalen Hunger in der Stadt und es macht total Spaß mit den jungen Leuten hier sich zu unterhalten, weil die wirklich was verändern wollen. Die arbeiten Tag und Nacht, die haben ein neues Work-Life-Balance-Modell, was sie mir erklärt haben und das nennt sich 996. Und da dachte ich, wie irgendwie 996? Dann haben sie gesagt, ja, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends sechs Tage die Woche. Das ist jetzt das bessere Modell, weil vorher haben sie einfach nur durchgearbeitet. Also es gibt einfach kein Halten, es gibt kein Bremsen, es wird einfach durchgearbeitet, weil sie das ändern wollen. Untertitelung des ZDF, 2020